Ausgezeichnet, sehr lecker ist das, ganz fein, viel Malz, super. Dafür, dass ich kein Biertrinker bin, schmeckt mir das eigentlich recht gut und ich würde es dann auch kaufen. Wir verkaufen es in der Therme und freuen uns schon auf die Gäste, die das Projekt mit unterstützen und auch die gleiche Meinung haben, hoffentlich, wie Herr Ehrlicher und wie ich. Sehr gut, Sesslacher Haustrunk, ist wunderbar. Oder auch das Umerstatter und Lindenau, einwandfrei, wunderbar, muss man sagen. Wir müssen halt heute überall an jedem Stand hin und müssen das schon mal probieren, aber bis jetzt schmeckt es uns hervorragend. Also ich trinke das heute das erste Mal, ich muss sagen, einwandfrei, kann man sich nicht beschweren, das ist gut. Ich werde mir ein paar Tragen mitnehmen, wunderbar, gut gelungen. Sehr gut, sehr würzig, sehr süffig und sehr gut. Ein Stück Oberfranken, genau, richtig. Ja, sehr gut, Stahlkörper, sehr lecker. Also das Bier schmeckt hervorragend, also Prost erst mal. Ein gutes Bier, der Zwei-Länder-Sud von der Initiative Rodochtal. Und was das Schöne ist, wir verkaufen das jetzt auch in der Terminatur in Bordeauxdach, ist auch immer Reise wert. Und das Schöne ist, wir machen das Buch. Und das ist see enough. Vielen Dank.